Selma ging über die mittlere Rheinbrücke. Sie fühlte sich leicht und sexy. Ich habe Arbeit für dich Selma. Eine Reportage über eine Alp. Heile Welt. Alpsägen. Selma Le Grand Hedlund ist die Reporterin. Im ersten Fall meiner neuen Serie Die Reporterin reist Selma in diese wunderschöne Märchenwelt. Sie berichtet über die heile Welt der Schweizer Alpen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Weiter. Plötzlich verlor ich den Halt. Hier starb meine Mutter. Sie spürte seinen Atem. Seine Lippen. Sie ließ es zu. Sie erwiderte den Kuss. Unter dem Baum der Liebe. Folgen Sie Selma und mir ins Abenteuer. Begleiten Sie uns ins schöne Sahnenland. Nach Gstaats. Und natürlich auch nach Basel. Denn hier wohnt die Reporterin. Und hier verbirgt sich auch ein düsteres Geheimnis. Das heißt, er ist wichtig. Das ist ein sehres Begleiter in dieser Zeit. Das ist ein sehres Begleiter. Ich bin ein sehr Habermas. Ich bin ein sehr, es liegt mir im Wasser. das ist schon ein sehr, das ist der Kuss. Und das ist eigentlich nicht sehr, das ist kein Sarki-Bes. Vielen Dank.